Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Blastation 3 und ich habe wieder ein Live-Kommentary für euch vorbereitet. Ich bin nicht alleine hier, sondern der Buri13 ist dabei und der CompiXXCompiXX und der Lars Goldfisch. So, jetzt muss ich... Hallo? Hallo? Lars Goldfisch? Hallo? Hallo? Ja, möchtest du mal, oder möchtet ihr mal eure Waffenklassen sagen? Wir haben den Vorteil, Herr Roman. Ich spiele mit der M27. M27, ist ja eine schöne Waffe. Äh, Lars Goldfisch? Lars Goldfisch? Was ist deine Waffe? Ja, also ich spiele mit der PdW. Achso. PdW. Ich habe gerade die KAP40 zweihändig. Ja. Wir haben den Vorteil verloren. So. Achtung, Lars, ich muss mal durch. Warte mal, ich laufe mal zu meinen anderen PSN-Freunden. Ja, Buri13, ich bin jetzt 8 Tage offline im PSN, weil ich arbeiten muss. Wir haben die Führung übernommen. Aber bin am 1. Februar wieder da. Bis zum 17. Da habe ich nämlich Urlaub. Nur damit du Bescheid weißt, dass ich nicht tot bin. So. Nein. Jetzt 3 zu 1. Ja. Der Buri. Der Pro Gamer. Guck mich mal an. KD von 3,0. Sehr schön. Herrlich. Normal Pro Gamer. Ja klar, der Pro Gamer schon. Kommt ja auch aus der Schweiz. Hä? Swiss Power. Ich wohne ja auch in der Nähe der Schweiz. In der Nähe von Basel. Ungefähr 20 Kilometer. Da hole ich ja auch immer meine Spiele. Angert, versteht sich. Aber ich war da einmal Pizza essen. Ich habe da 24 Franken für eine Pizza bezahlt. Das hat mich natürlich schon umgehauen. Das ist normal. Ja, ich weiß, ich bin teuer. Aber das sind die Löhne auch hoch in der Schweiz. Mein Vater arbeitet ja auch in der Schweiz. Weil es jetzt nah ist. Als Chemiker. Ah, 6 zu 3. Ja, Mann. Yes! Einer hat er gewischt. Er macht nichts mehr. Ah, Headshot. So. Garlich. Ah, 23 zu 25. Strengen wir uns ein bisschen an. Reißen wir das hier. Ich lauf mal zu... Ich lauf mal zu XX-Kompi, was? So, ich folg dir mal. Kompi. Boah. Das ist herrlich. Alter, ich bin voll schlecht. Hey Lars Goldfisch, du bist ja echt gut. Mann, Mann, Mann. Und zwar der Lars Goldfisch. Leute. Ja. Ah, die Mob. Ja. Du hast echt eine Mob gerissen, Alter. Voll cool. 27 zu 0. Hat er mich besiegt. Der war richtig schnell, der Lars Goldfisch. Bei der Sniper. Können wir das nochmal? Ihr wisst, ich bin nicht der Snipertyp. Wisst... Come back, Digga. Wir haben den Vorteil verloren. Ja, jetzt haben wir den Vorteil errungen. So, das Mine schmeißen. Boah, ich hab da einen im Visier, Leute. Wir sind im Front. Auf die Beine! Ich bin im Zimmer. Ey, diese Hacker. Äh, diese Camper. Ich krieg die nicht. Erwisch die nicht. Erwisch mich nicht. Rush for Win. Buff. Leute, Leute, für heute. So, gucken wir mal auf die Scoreliste, Leute. Ganz oben ist der Lars Goldfisch mit 14 Abschlachtungen. Gefolgt von XXKompi XX und der Priandu. Äh, mit... Muss ich mich gucken? Ah, inzwischen neun Abschlachtungen. Und unten der Buri 13. Mit ganzen... Es ändert sich immer alles. Sieben Abschlachtungen. Und ich und YouTube Gamescom mit vier Abschlachtungen. Das ist ja noch gar nichts. Ich hoffe, da müssen wir noch was machen. Das ist volles hier. Ein verbündeter Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. So, ich hab einen deckt. Das versteh ich jetzt nicht. Wo ist der hin? Ja, Leute. Es sind noch fünf Minuten zu zocken. Und ich denke einfach mal... Ich verabschiedige mich einfach mal wieder von dem Gameplay. Okay. Ja. XXKompi XX. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Lars Goldfisch. Ich bedanke mich auch bei dir. Und ich bedanke mich auch bei Buri13, dass er dabei war. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Euer YouTube Gamescom. Ciao. Ciao. Tschüss.